Hallo Freunde, könntest du den Fluss, könntest du meine Freunde, Arafat und Burschino und Arafats Familie machen einfach ein Grillfest auf Burschinos Grundstück? Leute, wie kann man einen denn mehr irgendwie dissen als das, was man tut, man? Erwirbt das Grundstück und dann grillt man auf dem Grundstück, wo der Fein mal gewohnt hat, man. Also der Move ist echt krass, man. Das hätte ich von Flissi und Arafat nicht gedacht, man. Ein nicer Move, man. Damit hast du den Hexenmeister Sony Rack 31er Modus komplett zerfst, man. Was will man da sagen? Man geht in dem Move, hat er keine Chance. Wahrscheinlich sitzt er jetzt heute in seinem Zimmer und sagt, ich grülle auf meinem See, ich grülle auf meine Haute. Einfach ein Business Move des Todes, meine Freunde. Einfach nur geil, man. Feier ich Flissi, man. Feier ich Arafat. Einfach nur Props dafür. Okay, meine Freunde, das war's, wie du schon gelernt hast. Abonniert und like nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.